Es sind die Prime Deal Days und das hier sind die 5 besten Angebote. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und wenn eins der Produkte aus diesem Video für euch in Frage kommt, dann am besten direkt zuschlagen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch direkt auf HiFi.de. Ja, an Amazons Angebotstagen sind natürlich als erstes Amazons eigene Produkte, wie die Fire TVs im Angebot. Und die Preise sind auch nicht verkehrt, sowohl vom Fire TV 4 als auch vom Fire TV Omni QLED. Allerdings gibt es da schon ein paar interessantere Optionen. Zum Beispiel, für 300 Euro bekommt man nicht nur den Fire TV in 43 Zoll, sondern eben auch den Samsung AU8079. Der mag zwar ein zwei Jahre altes Modell sein, liefert aber ein besseres Bild, ist etwas schicker und immer noch ein echt guter Smart TV. In 65 Zoll kann man von Hisense einen wirklich ausgewachsenen Gaming QLED für 799 Euro bekommen mit 144 Hertz und HDMI 2.1 Schnittstellen und sogar Dolby Vision Gaming. Das einzige Problem ist, dass er gerade nicht lieferbar, aber trotzdem bestellbar ist. Und sollte er rechtzeitig bis zum 12. Dezember bei euch zu Hause ankommen, dann könnt ihr sogar noch 100 Euro Cashback bekommen. Also 800 ist schon ein guter Preis, aber 699, wenn es klappt, einfach noch besser. Es gibt natürlich auch ein paar Angebote für teurere Premium-Fernseher. Das Beste, was wir bis jetzt finden konnten, ist der Philips OLED 807 für unter 900 Euro in 48 Zoll. Der 807 hat nicht nur alles, was man von einem 120 Hertz Premium OLED mit HDMI 2.1 erwartet, sondern ja auch noch vierseitiges Ambilight. Von den Amazon Echo Produkten sind gleich mehrere im Angebot. Also jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt, sich die Alexa Smart Speaker zu holen. Der Echo Dot für 22 Euro ist zum Beispiel ein super Deal. Noch besser ist da eigentlich nur der normale Echo, weil man da sogar noch eine smarte Philips Hue Lampe quasi gratis oben drauf bekommt, die man dann direkt damit steuern kann. Und das HyperX Cloud 2 würde ich als gutes Headset für unter 100 Euro bezeichnen und gerade bekommt man es sogar für nur 50 Euro. Man hat zwar noch nicht den mega Surround Sound, aber das kabelgebundene Headset funktioniert mit PC und jeder aktuellen Konsole. Natürlich waren das jetzt noch lange nicht alle Deals. Und damit ihr immer die besten aktuellen Deals findet, schaut einfach direkt auf HiFi.de. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Wenn ihr nach was anderem sucht oder noch Fragen habt, dann stellt diese einfach in den Kommentaren oder noch besser im Livestream. Dann kann ich sie hoffentlich direkt beantworten. Bis dahin empfehle ich euch noch dieses Video.